Ahaschirama, bist du das? Ja. Du und ich, wir zwei, wir haben uns viel gewünscht und viel vorgenommen, doch nichts erreicht. Es ist nun mal nicht so einfach. Was wir in unserer Lebenszeit schaffen können, ist begrenzt. Deshalb müssen wir die Aufgabe weitergeben. Und nun werden es unsere Nachfahren übernehmen. Du warst immer optimistisch. Naiv wie eh und je. Du änderst dich niemals. Ja, so warst du schon immer. Aber vielleicht ist das auch der Weg, der beschritten werden muss. Und der Traum, den ich hatte, nun ist er erloschen. Und doch lebt dein Traum weiter. Hörst du? Du warst im Recht und ich nicht. Du warst zu ungeduldig. Wir mussten nicht alles erreichen, was wir wollten. Es gibt wirklich Wichtigeres im Leben. Die Menschen auszubilden, die uns nachfolgen und die Aufgabe übernehmen. Nein, das wäre mir niemals möglich gewesen. Du weißt doch, wie sehr ich es immer gehasst habe, wenn mir jemand geholfen hat. Sogar du. Als wir jung waren, hast du mir mal gesagt, dass wir Shinobi sind und nie wissen können, wann unsere Zeit gekommen ist. Und die einzige Möglichkeit, nicht von irgendwem getötet zu werden, sei es, gegenüber unseren Gegnern immer offen und ehrlich zu sein. Sich sogar mit ihnen zu verbünden, wenn möglich. Unsere Zeit hier in dieser Welt ist vorbei. In diesem Moment könnten wir beide doch endlich Frieden schließen als Kameraden. Als Kameraden. Ja. Gut. Und damit können wir dann... ...kann ich... ...ich...